Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Die PCK-Raffinerie bleibt zunächst unter Kontrolle des Bundes. Die PCK-Raffinerie in Schwett, eine der größten Raffinerien Deutschlands, bleibt vorerst unter der Kontrolle des Bundes. Diese Entscheidung wurde aufgrund der strategischen Bedeutung der Anlage für die Energieversorgung des Landes getroffen. Die Raffinerie hatte in den vergangenen Monaten aufgrund der geopolitischen Spannungen und der daraus resultierenden Veränderungen auf dem Energiemarkt an Bedeutung gewonnen, was zu einem verstärkten Interesse der Bundesregierung führte, die Kontrolle über kritische Infrastrukturen zu sichern. Die Bundesregierung argumentierte, dass eine Übernahme der Raffinerie notwendig sei, um die nationale Sicherheit zu gewährleisten und Abhängigkeiten von ausländischen Energielieferungen abzubauen. In diesem Kontext wurde auch auf die Wichtigkeit von stabilen Energiequellen hingewiesen. Insbesondere in Zeiten steigender Energiepreise und einer unsicheren globalen Marktlage ist es essentiell, dass Deutschland über eine stabile und kontrollierte Energieversorgung verfügt. Dies ist nicht nur eine wirtschaftliche, sondern auch eine sicherheitspolitische Überlegung, die die Politik in Berlin dazu veranlasst hat, eine aktive Rolle einzunehmen. In den letzten Monaten gab es zahlreiche Diskussionen über die künftige Ausrichtung der Raffinerie, die zuvor von dem russischen Unternehmen Rosneft betrieben wurde. Nach den Sanktionen gegen Russland infolge des Ukraine-Kriegs wurde der Betrieb der Raffinerie zum Teil eingestellt, was bei vielen Beschäftigten Sorge um ihre Arbeitsplätze auslöste. Die Bundesregierung betonte, dass sie alles tun werde, um die Arbeitsplätze in der Raffinerie zu sichern und gleichzeitig die Energieversorgung im Land aufrechtzuerhalten. Die Übernahme der PCK-Raffinerie durch den Bund wird nicht nur als eine Maßnahme zur Sicherstellung der Energieversorgung betrachtet, sondern auch als Schritt, um eine Umstellung auf nachhaltigere Energien voranzutreiben. Experten sind sich einig, dass diesem Wandel große Bedeutung zukommt, um die Klimaziele der Bundesregierung zu erreichen. In diesem Zusammenhang soll die Raffinerie auch in Alternativen zu fossilen Brennstoffen investieren, um langfristig eine nachhaltige und umweltfreundliche Energieproduktion zu gewährleisten. Die Reaktionen aus der Wirtschaft waren gemischt. Während einige Akteure die Übernahme als positiv erachteten, um die Stabilität der Raffinerie zu garantieren, äußerten andere Bedenken. Kritiker fürchten, dass eine staatliche Kontrolle die Effizienz der Produktion verringern könnte und warnen vor einer potenziellen politischen Einflussnahme, die den Betrieb der Raffinerie in Zukunft erschweren könnte. Diese Bedenken werden in der aktuellen Debatte um die Kontrolle über kritische Infrastrukturen in Deutschland immer lauter. Die Bundesregierung setzt hingegen auf Transparenz und Zusammenarbeit mit allen Beteiligten, um die Herausforderungen im Energiesektor anzugehen und einen konstruktiven Dialog zu fördern. In der nächsten Zeit wird es entscheidend sein, wie sich die Situation rund um die PCK-Raffinerie entwickeln wird und welche konkreten Maßnahmen die Bundesregierung in den kommenden Monaten durchführen wird, um die Raffinerie bestmöglich in die zukünftige Energieversorgung zu integrieren. Zusammenfassend bleibt die PCK-Raffinerie unter Kontrolle des Bundes, was sowohl Chancen als auch Herausforderungen für die Energieversorgung und die wirtschaftliche Stabilität Deutschlands mit sich bringt. Autor Anita Farke, Montag, 2. September 2024 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.